Steht Goldanlegern ein weiteres dunkles Jahr bevor? Die Rezession in der Eurozone ist vorüber, ohne dass die Währungsgemeinschaft aufgelöst werden musste, China scheint den Übergang zu moderaterem Wachstum ohne harte Landung seiner Volkswirtschaft zu schaffen und die USA waren nicht das Epizentrum eines weiteren deflationären Schocks. Die Aktienbörsen in New York, London und Frankfurt sind in Feierlaune, fast täglich können neue Rekordstände vermeldet werden. Auch außerhalb der Börsen haben Nullzinspolitik und billiges Notenbankgeld ihre Spuren hinterlassen. In London liegt der Preis für Immobilien bei über 40.000 Euro pro Quadratmeter. Auch in Deutschland und insbesondere in den Großstädten wie München haben sich die Quadratmeterpreise schon längst in den fünfstelligen Bereich vorangetastet, wenn der bayerischen Hauptstadt etwa im mondänen Glockenbach, dem isernahen Lehl oder dem neuen Innenviertel Heidhausen leben will, wird eine 70 Quadratmeter Wohnung nicht mehr unter einer halben Million Euro bekommen. Damit haben sich in einigen Münchner Stadtteilen die Immobilienpreise in fünf Jahren der Krise verdoppelt. Es ist für viele nicht schlüssig und auch nicht intuitiv verständlich, dass ausgerechnet jetzt die Preise für Gold und Silber fallen. Die internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse, die Anfang November im Münchner Olympia-Zentrum stattfand, war damit auch die erste in einem Jahr, an dem die Goldpreise überhaupt sanken. Zeitweise war Gold um fast 40 Prozent unter das nominale Allzeithoch gefallen, das im Jahr 2011 erreicht wurde. Das Silber lag zeitweise sogar mehr als 60 Prozent darunter. Wie kann das alles sein, fragen sich viele Menschen. Sollten nicht Gold und Silber in Zeiten, wo das Geld immer weniger wert zu werden scheint, nicht eher steigen? Für Dimitri Speck steht fest, dass Zentralbanken und Politik den Goldpreis ganz genau im Blick haben und notfalls eingreifen, wenn es sein muss. In seinem Buch trägt er in detektivischer Kleinstarbeit Indizien zusammen, die auf gezielte Interventionen am Goldmarkt hindeuten. Auch am sogenannten schwarzen Montag, jenem Tag im April dieses Jahres, als der Goldpreis in einem Rutsch um fast 200 US-Dollar gefallen war, hätten Interventionen stattgefunden, weiß der Experte. Also im Goldmarkt wird seit 1993 regelmäßig interveniert. Ein Merkmal dieser Intervention sind schockartige, sehr schnelle Preisrückgänge. Wir können also auch im April-Crash einen solchen schockartigen Preisrückgang beobachten. Und zwar am Montag im dünnen Handel. Auch nicht gleich zur Eröffnung, sondern etwas verzögert. Kein Mensch verkauft hier eine große Anzahl Gold per Termin in kürzester Zeit, teilweise in Sekundenbruchteilen. Das ist ein starkes Indiz dafür, dass es hier darum ging, die Märkte zu beruhigen. Genauer gesagt, es war damals die Zypern-Krise. Den Anlegern, den Sparern klarzumachen, auch wenn eure Ersparnisse möglicherweise auf Konten nicht ganz sicher sind, in der Alternative Gold sind sie noch unsicherer. Schaut her. Ja, das wäre das Signal an den Sparer gewesen. Noch gibt es aber nicht genug Interventionen, Informationen, wie das im April genau gelaufen ist. Auch mit der Intervention seit 1993, vieles kam erst nach vielen Jahren raus, warten wir es ab. Auch Peter Böhringer, dem stellvertretenden Vorstand der Deutschen Edelmetallgesellschaft, kommen die Preisbewegungen im Gold spanisch vor. Ich bin schon der Meinung, dass hier gemanagt wird im Sinne von die klassische Reaktion des Alternativ-Gelds-Gold wird nicht zugelassen. Wenn man wirklich zurückdenkt in die 70er-Jahre seit der Freigabe des Preises 1971, es war ganz klar eine lose Geldpolitik damals zu relativen Niedrigzinsen, relativ aus heutiger Sicht, denn es waren schon 7 Prozent, so oder 5 oder 6 oder 7 Prozent Mitte der 70er-Jahre. Aber es stieg unter Schwankungen damals schon schön hoch. Und das wurde zugelassen, das war der entscheidende Unterschied. Es wurde sogar zugegebenermaßen eine Übertreibung zugelassen. In der Spitze im Januar 1980 war die Deckung, die theoretische Deckung des Dollar, eine Überdeckung durch den Goldpreis. Also der Dollar war mehr als Gold gedeckt, wenn man ihn umgerechnet hätte, was ja damals formal nicht mehr der Fall war seit 1971. Aber man hätte es zugelassen. Und auch nachdem die Spitze wieder korrigiert wurde, da war die Reaktion des Goldpreises immer noch natürlich. Denn Volker hat die Zinsen auf 17, 18, 19 Prozent in der Spitze genommen 1980, 82 und der Goldpreis ist logischerweise gefallen. Nicht dramatisch, aber doch signifikant. Dann kann man darüber streiten, was passiert ist in 20 Jahren danach. Aber in den letzten 10, 15 Jahren gab es doch immer wieder Phasen, von ein paar Ausnahmen abgesehen, wo ganz klar die logische Reaktion des Goldpreises gestoppt wurde. Und zwar sowohl tagesaktuell, minutenaktuell, als auch teilweise auf längere Sicht. So wie zur Zeit. Wir leben in Zeiten ultra lockerer Geldpolitik und der Goldpreis macht nichts. Und das ist im Prinzip kein Zufall. Einem alteingesessenen Experten ist die Manipulation der Edelmetallpreise jetzt offenbar zu bunt geworden. Er hat resigniert und seinen Dienst ganz eingestellt, wie Böringer verrät. Naja, der Börsenbrief, von dem wir hier reden, ist ein Wahnsinn alter. Der existierte dreieinhalb Jahrzehnte. Das war also einer derjenigen, der die klassische Reaktion des Goldpreises gekannt hat. War ein Profi schon in den 70er Jahren, der Mensch. Und er hat jetzt tatsächlich seinen Brief eingestellt. Ich will jetzt keinen Namen nennen, weil ich hier keine Begründung im Mund legen will. Er hat es mir persönlich so nicht gesagt. Aber er lässt durchblicken gegenüber seinen Lesern. Ja, es ist frustrierend. Es ist geradezu hanebüchen, wenn man seit vermutlich, und er glaubt auch mittlerweile daran, seit 20 Jahren wenigstens gegen ein Preismanagement anschreibt. Und das verstehe ich. Das ist frustrierend. Das heißt nicht, dass der Goldpreis nicht irgendwann wieder die faire Bewertung findet. Fair, gemessen an Geldmengen. Aber noch ist es eben nicht so weit. Und wenn man dann irgendwann ein gewisses Alter erreicht hat und das zu lange macht, habe ich ein gewisses Verständnis für, dass man den Zeitpunkt dann nicht mehr abwarten will. Wer Gold haben wollte, hat in diesem Jahr sofort zugegriffen. Der Rutsch der Goldpreise beflügelte die Nachfrage nach Münzen, Barren und Kleinstbarren. Das ist schlüssig. Wer bei nahezu 1400 Euro pro Unze Goldmünzen oder Barren kaufen wollte, der wird bei unter 1000 Euro erst recht zugreifen. Dennoch stellt dieses Verhalten eine Veränderung dar, wie Franz Artmüller, Marketingmanager bei der staatlich-österreichischen Münzprägeanstalt der Münze Österreich weiß. Als die Goldpreise nach unten gingen, haben wir eine markante Steigerung des Verkaufs bemerkt. Etwas Besonderes, weil das normalerweise nicht üblich war bis dato. Es hat aber immer so, dass die Leute eher in den steigenden Kurs hineingekauft haben. Diesmal ist halt genau das passiert, was man seit Jahren den Leuten immer sagt. Warten Sie, bis die Preise unten sind und kaufen Sie dann. Aber gab es auf der Edelmetallmesse nach einer so schlechten preislichen Entwicklung in diesem Jahr einen Goldbären? Wir haben Mr. Dax Dirk Müller gefragt, ob er uns sagen kann, wo wir den Goldbären finden können. Da muss man Thomas Gottschalk suchen. Vielleicht hat der noch einen Goldbären dabei. Aber ich glaube, hier wirst du wenige finden. Obwohl ja nur wirklich die Goldanleger in den letzten Monaten nicht verwöhnt wurden und sehr leidensfähig sich beweisen mussten. Aber ich glaube, es haben noch nicht allzu viele von denen, die hier sind, auf das Bärenlager gewechselt. Im Gegenteil, ich glaube, viele nutzen die niedrigen Kurse, die relativ niedrigen Kurse wieder für neue Investments. Auch Dimitri Specks langfristige Einschätzung ist nicht die eines Goldbären. Gerade in Zeiten des zügellosen Schuldenmachens, der parallelen Geldentwertung aller Zentralbanken weltweit und der erschwindenden Kaufkraft bilde Gold einen Gegenpol, den es anzusteuern gilt. Kurz- und mittelfristig ist alles möglich. Da kann der Trend, wir sind jetzt nun mal in einem Abwärtstrend, durchaus auch weitergehen, obwohl das Sentiment hier schon sehr negativ ist. Aber meines Erachtens ist Gold als liquides Aufbewahrungsmittel, das das genaue Gegenstück zu den Ersparnissen ist, eben langfristig sehr bullisch zu sehen. Auch Philipp Vondran, der bekannte Fondsmanager, lässt keinen Zweifel darüber zu, dass die Geldentwertung der Notenbank weitergehen wird und dass Gold ultimativ steigen muss, wenn das so weiter ginge. Da ich davon ausgehe, dass die Notenbank auch in Zukunft massiv weiter ihre Bilanz ausweiten wird, um die Staaten zu finanzieren, um die Zinsen tief zu halten, bin ich absolut davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren deutlich höhere Goldpreise sehen werden, wie wir das heute tun. Wann und wie stark, keine Ahnung. Aber der Treiber für die Aufwärtsbewegung der letzten Jahre ist voll intakt, nimmt sogar weiter Momentum auf und es wäre naiv davon auszugehen, dass davon mittelfristig der Goldpreis nicht profitieren würde. Die Behauptung, dass zu irgendeinem Zeitpunkt in diesem Jahr eine Knappheit an Gold bestanden habe, diese wurde von einigen angelsächsischen Medien in diesem Jahr immer wieder kolportiert, hat man zumindest in Wien bei der Prägung der weltbekannten Philharmonika-Münze, der Münze Österreich, nicht verspüren können. Also Knappheiten von Gold hat es nicht gegeben. Es hat Knappheiten in den Prägemengen gegeben. Das resultiert daraus, wenn die Nachfrage plötzlich und unerwartet ansteigt, dann sind wir nicht in der Lage als Produzent von jetzt auf gleich unsere Produktion so hoch zu fahren, dass wir das abdecken können. Das heißt, wir haben eine gewisse Verzögerung da drinnen, bis wir einen Dreischichtbetrieb wieder fahren können, dauert in etwa eine Woche und diese eine Woche Verzögerung gibt es und wenn in der einen Woche die Nachfrage nach Produkten sehr hoch ist, dann können wir die kurzfristig nicht erfüllen. Aber das ist in der Regel nach sieben Tagen vorbei. Dass es nicht nur in Wien, sondern auch anderswo auf der Welt keine Goldknappheit gegeben haben kann, zeigt auch der fehlende Preisanstieg. Das Beispiel der seltenen Erden zeigt, was echte Knappheiten in Preisen anrichten. Allerdings wäre damit nicht geklärt, warum der Goldpreis überhaupt in so kurzer Zeit so stark gefallen ist. Wir fragten daher jemanden, der es wissen muss. Prof. Burka, der Edelmetallpapst, stand uns wie der echte Papst tatsächlich erst nach sehr langer Wartezeit zur Verfügung, weil er davor von einer riesigen Menschentraube umlagert wurde. Wie gewohnt nahm der zweifache Professor und Buchautor kein Blatt vor den Mund. Und unsere verehrte Firma Goldman Sachs, die überall ihre, wie manche so schön sagen, ihre Gauleiter weltweit installiert haben in allen Ländern und Institutionen. Traki ist zum Beispiel einer. Und die wichtigsten EU-Leute kommen eigentlich alle davon. Das ist ein ständiger Wechsel zwischen führenden Goldman Sachs-Spezialisten und irgendwelchen Regierungsposten oder Posten von internationalen Organisationen wie Internationaler Währungsfonds, Weltbank und so weiter. Also die einflussreichsten Stellen zum Beispiel sind durch diese Leute tatsächlich mehrheitlich besetzt. Keine Frage. Aber umgekehrt genauso. Wenn diese von Regierungen diesen Posten eines Tages müde sind oder ihr Job läuft aus oder was, dann gehen sie zu Goldman Sachs zurück, werden dort wieder aufgenommen und haben im Jahr bescheidene drei, vier, fünf Millionen an Bonus und noch ein kleines Gehalt. Also es lohnt sich schon, auf diese Weise tätig zu sein. Und Goldman Sachs hat also gesagt, jetzt vor kurzem, ganz öffentlich und groß und laut, jetzt kommt die perfekte Gelegenheit, eine todsichere Sache jetzt Gold und Silber zu verkaufen. Da ist das sicherste und beste, was es überhaupt gibt. Wenn ich so etwas höre, weiß ich automatisch, dass ich genau das Gegenteil tun muss von dem, was da verkündet worden ist. Und heimlich kauft Goldman Sachs und heimlich kaufen auch die Eliten weltweit, nicht nur die Asiaten, Gold und Silber, als ob es keinen Morgen gäbe. Zum Beispiel der große Soros hat Riesenreklame in den Weltmedien. Er hat für sechs Milliarden, hat er jetzt seine Goldpapiere von dem ETF so und so losgeschlagen, weil das geht demnächst sowieso nahe Null und so weiter. Gar keine Chance. Was die Medien etwas weggelassen haben war, vorsichtshalber, war, der gute Soros hat diese sechs Milliarden im Prinzip genommen und hat hinten ganz still physisches Gold für sechs Milliarden erworben, so zum Beispiel. Vielleicht nicht mit einem Schlag und vielleicht hat das auch von irgendeinem, von irgendeinem Regierungsreserven gekriegt. Das ist ja alles eine einzige verschworene Gemeinschaft dort oben, wo man auch nur schwer durchblicken kann. Aber es ist bekannt, dass diese ungeheure Klammer wurde für den Verkauf des Goldes gemacht, aber gleichzeitig, was viel sicherer ist, physisches Gold, nicht ein einziges Wort irgendwo erwähnt wurde. Und so geht es auch mit Fracking und anderem. Was da im Hintergrund passiert, wird natürlich nie erwähnt. Zum Beispiel. Also es kommt von diesen Wellen nicht ein einziges kritisches Wort. Nichts, gar nichts. Und wenn das so ist, ist, dass nicht wenigstens etwas abwägend gebracht wird, dass man sagen kann, Vorteile, Nachteile, es gibt gewisse Dinge, die man auch noch bedenken müsste, gar nichts. Man hört nur extrem optimistisches, super optimistisches Gesprudel in diese Richtung. Und sowas macht mich immer sehr, sehr misstrauisch, wenn das kommt. Wenn etwas überhaupt nur Vorteile hat, dann stimmt es von vornherein nicht. Der Goldman Sachs-Analyst Jeffrey Curry, auf den sich Professor Booker bezieht, hat Gold als Slam Dunk Short bezeichnet, mit Anspielung auf den Korbwurf beim Basketball, bei dem der Werfer so hoch springt, dass er den Ball kraftvoll direkt von oben in den Korb werfen kann. Also kurz gesagt, eine sichere Sache. Diese sichere Sache basiert Curry im Kern seiner Prognose auf das Tapering der US-Notenbank, das im nächsten Jahr beginnen soll. Der Schweizer Rolf Neff, Initiator der Telgold und Silberfonds, erläutert, was sich hinter dem Begriff Tapering überhaupt verbirgt. Sagen wir doch zuerst einmal, was Tapering ist. Das verstehen vielleicht viele Leute nicht. Tapering heißt einfach, dass die amerikanische Notenbank weniger drucken will als die 85 Milliarden, Dollar pro Monat. Drucken Sie neue Dollars, kaufen Sie Wertschriften, Staatsanleihen und Hypothekeranleihen im Durchschnitt pro Monat. Tapering heißt, diese 85 Milliarden zu senken auf eine andere Zahl. 75 oder 70 oder wie auch immer. Ich denke, das wird nicht kommen. Die Märkte ertragen das nicht. Die amerikanischen Anleihen sinken. Auch mit 85 Milliarden Dollar Kauf, Neff pro Monat. Das Ausland hält 15 Milliarden Dollar in Wertpapieren. Die Chinesen, die Chinesen über 1500 Milliarden oder 1200 Milliarden. Also das Ausland ist ganz froh, die kaufen, da können sie abhauen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die das können. Und Neff ist gleichzeitig skeptisch, ob das Tapering überhaupt etwas mit der Goldpreiskorrektur zu tun hatte. Wie Professor Bocca vermutet er ganz andere Mächte, die hier ihre Hände im Spiel hatten. Die Korrektur im Gold kam nicht von daher. Die Korrektur kam von der amerikanischen Regierungsintervention im April. Da wurde massiv Gold gedrückt. Insbesondere in einem Terminmarkt holte man die Stopps raus. Also Stopp Verkaufsaufträge bei einem bestimmten Preis, der in den Futures Märkten platziert war. Das weiß das Fett natürlich. Diese Daten sind völlig transparent für die Notenbank. Diese holte man und man wusste, dann kommt ein Sellout. Warum macht das die amerikanische Regierung oder Notenbank? Gold ist ein geopolitisches Material. Es ist das einzige Geld, das man nach Hause führen kann. Die Chinesen können die Treasuries wohl ausliefern lassen bei ihnen zu Hause. Sie können nicht viel machen damit. Die Chinesen haben gemerkt, dass das das ultimative Geld ist. Und seither kaufen sie massiv. Also die ganzen Verkäufe durch diese Intervention, die gingen nach China. China hat in diesem Jahr an das chinesische Publikum 1700 Tonnen verkauft. So rapportiert die Shanghaier Börse, Goldbörse. Natürlich hat wahrscheinlich auch die Regierung gekauft und die Notenbank, aber das publizieren sie nicht. Das heißt, wir kommen in eine Phase, wo der physische Markt den Preis im Gold diktiert und nicht mehr der amerikanische Terminmarkt. Das ist am Kippen. Dem Fondsmanager bereiten vor allem die Lagerbestände an der amerikanischen Goldbörse Comex-Sorge. Sollten alle die Lieferansprüche auf Gold besäßen, diese auch geltend machen, würde es knapp werden. Richtig. Und es wird natürlich zu einer Preisexplosion führen, weil der Comex, also die Terminbörse für Gold in den USA, das ist der letzte in der Reihe, wo abgesichert wird. Also wenn der Londoner Goldhandel kein Gold findet, wo er seine Positionen sichern kann, also wenn eine Bank einem Kunden Gold verkauft, dann verkauft er das in London. Zu 90 Prozent der Fälle ist das nicht physisches Gold, sondern es ist Buchgold. Es ist eine Schuld der Bank an den Kunden. Der Kunde weiss das wahrscheinlich gar nicht. Und jetzt kann sich die Bank absichern, indem sie physisch kauft oder sie kann sich absichern, indem sie am Comex Termingold kauft. Jemand verkauft am Terminmarkt in den USA. Das ist offensichtlich die Regierung, die leer verkauft. Sie muss massiv schort sein. Und da sieht man, dass trotz der Intervention ist der Goldbestand in den Lagern, die für die Auslieferung über die Terminbörse bereitgehalten werden, die sind von drei Millionen Unzen runter auf 660.000. 660.000 Unzen, das sind 1,7 Prozent der offenen Verträge. Also verkauft wurden rund 38 Millionen auf Termin. 40 Millionen wären 1300 Tonnen. Es hat noch 22 Millionen, 22 Tonnen im Lager. Es war nie, nie in der Geschichte des Comex, der seit 74 Läufe geht, war dieses Verhältnis. Gerade deshalb könnte es zu einer neuen Entwicklung kommen, die den Goldmarkt von Grund auf umkrempeln könnte. Bislang sind alle Augen der Welt auf diese kündlichen Veränderungen der Terminpreise gerichtet, die an den Goldbörsen in London, Dubai, Shanghai und New York festgestellt werden. Das wird aber nicht mehr lange so sein, da ist sich Neff sicher. Die Comex-Verkäufer bekommen Probleme, wenn die Käufer Lieferung verlangen, dann müssen sie liefern. Und der Dezemberkontrakt, der Ende November ausläuft, der ist üblicherweise, finden da am meisten Lieferungen statt. Also per Ende November sind 22 Millionen Unzen offen. Eine Unze, 32,5 Gramm, also das ist rund die Hälfte von diesen 1300, das ist 600 bis 700 Tonnen, sind offen im Dezemberkontrakt. Hat aber nur 22 Tonnen im Lager. Also wenn Lieferung verlangt wird, muss jemand, muss der Kontrahent kaufen und liefern. Und das kann als erstes Mal ein bisschen Feuer geben. Aber nochmal, es scheint, dass der physische Markt die Oberhand gewinnt über den Terminmarkt. Und das ist neu. Bullienart stellte auf der Messe eine ganz andere Form der Edelmetallanlage vor. Während andere Skulpturen aus Marmorstein und Eisen geformt werden, gibt es die Kunstobjekte von Bullienart in reinstem Silber. Frauke Deutsch erklärt, wie sich der Preis dieser Kunstobjekte aus Silber berechnen lässt. Also klar, der Materialwert ist das Silber, das reine Silber, aus dem es geformt ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Kunstaufpreis für den Künstler, für den Gießer, für den Herstellungsprozess noch obendrauf. Also bei mir ist es immer so, ich versuche mindestens 50 Prozent deiner Skulptur muss Materialwert sein. Und nur, also weniger darf es nicht sein, sonst kann ich es nicht mehr so mit gutem Gewissen als Anlageobjekt noch verkaufen. Und ja, mit dem steigenden Silberpreis hoffe ich natürlich auch, dass dann für meine Kunden die Investition sich lohnt, dass dann sozusagen der Kunstaufpreis so nach und nach aufgefressen wird und dass er am Ende das Kunstwerk wirklich im reinen Materialwert da liegen hat. Oder auch mehr. Und gerade jetzt sei ein guter Zeitpunkt gekommen, um günstige Skulpturen und Kunst aus Silber zu kaufen, da der Silberpreis auf dem Weltmarkt deutlich gefallen sei. Kaufen wollen, müssen sie im Grunde genommen noch warten und hoffen, dass der Silberpreis fällt. Also jetzt, ich bin der Meinung, es ist jetzt schon ziemlich weit gesunken. Klar, es geht immer noch weiter, aber ich denke, wir hätten eine Bodenbildung erreicht. Das heißt, im Moment ist es vielleicht günstiger, jetzt Silber zu kaufen und den steigenden Silberpreis mitzunehmen. Also ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel der Bulle und Bär da hinten vom Tilman Krummrei. Der hat vor zwei Jahren, 2011, war natürlich auch der Silberhöchstpreis, da hat der fast 2000 Euro mehr gekostet, weil einfach das Material so viel teurer war. Der Silberjunge Thorsten Schulte ist Deutschlands bekanntester Silberexperte. Er gibt der Prognose, dass Silber langfristig aussichtsreich ist, weiterhin recht. Auch wenn er kurzfristig nicht die Treiber sieht, die den Preis in die Höhe schnellen lassen könnten. Langfristig bin ich weiterhin der größte Gold- und noch vielmehr der größte Silberbulle. Aber ich kann ja selbst, gerade hier auf der Edelmetallmesse, bei meinen letzten Auftritten vor einem Jahr und vor zwei Jahren immer nur zu Geduld mahnen. Weil anders als 2010 und 2011, als ich immer herumkrakelte, die große Silberhosse liegt bevor, sind die Rahmendaten heute andere. Die Weltwirtschaft ist gerade dabei, wieder ein bisschen Kraft zu schöpfen. Wir hatten in den Schwellenländern in diesem Jahr eine ausgesprochene Schwäche. Und wer sich mit den Rohstoffmärkten beschäftigt, der weiß, dass vor allem die kraftstrotzenden Schwellenländer von 2002, 2003 an der Treibsatz für den Rohstoffmarkt waren. Den haben wir momentan nicht. Langfristig bleibe ich deshalb sehr, sehr optimistisch, weil Silber und Gold letztlich die Rettungsboote sind, wenn unser Papiergeldsystem in eine spiere Phase stürzt. Aber die sehe ich momentan nicht. Das heißt, ich mahne weiterhin zu Geduld. Ich habe Mitte des Jahres antizyklisch schon herumkrakelt, dass wir da ganz extreme antizyklische Kaufsignale bekamen vom Terminmarkt, von den Sentiments. Um mal ein Beispiel zu nennen, die Optimistenzahlen der nordamerikanischen Silberberater lagen zur Jahresmitte bei 22 Prozent. Das war ein historisches Tief. Das war also dann antizyklisch ein Kaufsignal, als wir dann bei 18, 19 Dollar waren. Wir sind ja dann noch auf 25 Dollar hochgeschossen. Aber wir sind jetzt, obwohl das Silber unter 22 Dollar dahindümpelte in den letzten Tagen, noch immer bei 57 Prozent. Und das ist eher im neutralen Bereich. Das heißt, ich mahne wirklich zu Geduld. Allerdings bin ich nicht so pessimistisch, wie du es manchmal bist. Aber wir werden dann in den nächsten Monaten sehen, ob Silber nochmals neue Tees macht. Ich sage momentan, man sollte sich strategisch auch sich der nächsten zwei, drei Jahre positionieren. Und ich habe in den letzten Monaten, wenn ich in diesen Schwächen gekauft habe, in Hebelprodukten nur eines gemacht, nämlich, dass ich 2016, 2017er Kaufoptionen erworben habe. Und da siehst du bereits, ich habe nicht das Zutrauen, dass das Silber in den nächsten zwei, drei Monaten durch die Decke geht. Das habe ich auch vor einem Jahr gesagt, dass ich diese Hoffnung hier nicht verbreiten möchte. Und diese Hoffnung werde ich auch morgen nicht verbreiten. Aber langfristig weißt du ja, die Hoffnung steht zuletzt. Auf Sicht der nächsten drei Jahre bin ich weiterhin fest davon überzeugt, dass wir einen ganz großen Schub nach oben sehen. Dass es zu einer Abkopplung des Silberpreises vom Goldpreis kommen wird, daran lässt Peter Böhringer Zweifel aufkommen. Silber und Gold würden sich wie kein anderer Markt auf der Welt verhalten. Zu der Frage traue ich mich fast keine Antwort zu geben, weil wir haben uns da alle getäuscht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es überhaupt so lange geht. Aber wenn man so sieht, welche Indizien da sind, ist es einfach mittlerweile nicht mehr bestreitbar. Dimitri Speck hat es fundamental und statistisch begründet seit 1993. Er hat es auch, auch wiederum Dimitri Speck begründet zurzeit mit High Frequency Trading, was ein relativ neues Phänomen ist. Auch das wird bei Gold angewandt. Millionen von Transaktionen in wenigen Sekunden. Das ist einfach kein normaler Markt. Das ist völlig absurd. Diese extrem hohen Konzentrationen im Papiergold- und Papiersilbermarkt. Wir haben den Gleichlauf von Gold und Silber, der unnatürlich ist. Denn Silber ist mehr als Gold ein Rohstoff. Und trotzdem handeln sie sekundengenau tendenziell immer gleich. Das ist nicht normal sowas. Das ist ganz klar ein Zeichen, dass hier gemanagt wird. Denn der Markt würde nicht Gold und Silber gleichermaßen monetär ansehen. Und deshalb immer die gleichen Reaktionen machen. Bill Murphy sagt immer, Gold und Silber Markets trade unlike any other market. Und das ist wirklich so. Man kann das beobachten. Und das ist keine Aussage. Hier wird fundamental ein falscher Preis festgesetzt. Aber es ist definitiv die Aussage, hier werden Rallys abverkauft, gestoppt, sobald sie anfangen. Dass technische Patterns sich nicht ausbilden. Zumindest keine Long Patterns. Und auch, dass kein Momentum aufkommt von Spekulanten in diesem Markt. Ich glaube, die Aussage kann man wirklich als gesichert feststellen. Wie viel Silber sollten Anleger kaufen? Oder sollten sie doch dem Gold den Vortritt geben? Einen Rat dazu hat Dirk Müller den Anlegern zu geben. Na ja, eine gesunde Mischung macht's. Gold ist natürlich die seriösere und ein bisschen entspanntere. Na ja, gut, soweit man es in diesen Tagen sagen kann. Anlageform, Silber natürlich ein wilder Bronco, den es zu reiten gilt. Aber wie Frank Mayhem so schön sagt, ein bisschen Silber als Klimpergeld, als Beimischung ist sicherlich durchaus interessanter Reiz. Es hat viele zusätzliche Aspekte, dass es gegenüber dem Gold eigentlich viel zu billig ist, da es industriell verbraucht wird und so weiter. Also Silber ist ein unglaublich spannendes Thema. Ich habe auch gerne Silber, aber der Schwerpunkt liegt dann am Ende doch auf dem Gold. Wann der wilde Bronco, auf den Dirk Müller sich beim Silber bezieht, wieder los galoppieren könnte und auf welche Faktoren und Ereignisse Anleger achten sollten, verrät uns der Silberjogger. Schau mal, der Vorteil 2009, 2010 war und Anfang 2011, dass alles stimmte. Die Leute glaubten nicht mehr an die Silberhostet, das war positiv. Die industrielle Nachfrage stieg und stieg. Wir nennen nun mal als Beispiel damals die Solarwirtschaft, die ja damals auch mit einem Motor war, aber die gesamte weltwirtschaftliche Situation war ja sehr, sehr euphorisch und das war ja Grundlage für meine damalige Erwartung einer Host. Diese Euphorie habe ich ja momentan nicht, aber da merkst du schon, wichtig ist, sich die Weltwirtschaft anzuschauen. Wir dürfen natürlich auch die Angebotsseite nicht ausbennen. Momentan stimmt mich kurzfristig etwas skeptisch, nämlich dass im August diesen Jahres, nach den Zahlen, die ich mir aus Bloomberg ziehe, die Mienenproduktion des Monats August ein neues historisches Hoch erklommen, trotz der niedrigen Silberpreise. Das macht mich momentan etwas skeptisch. Das heißt, wir müssen die Angebotsseite im Blick haben, wir müssen die Nachfrageseite im Blick haben. Um mal ein Beispiel zu sagen, als das Silber Anfang 2010, im Februar 2010 von über 19 Dollar auf unter 15 Dollar fiel, hat mich das überhaupt nicht verunsichert, weil die Weltwirtschaft damals weiter an Fahrt aufgenommen hatte. Und ich mir sagte, das ist jetzt der Markt, der Markt ist winzig, der Silbermarkt. Wir wissen, aktuell hat der Wert der letzten Jahresnachfrage beim Silber ein Volumen von 23 Milliarden Dollar, beim Gold reden wir von 180, 190 Milliarden Dollar, beim Rohöl redest du aber über 3.200 Milliarden Dollar. Da sieht man ja die Winzigkeit des Silbermarkts und dieser Markt, der ist manchmal auch irrational. Und die Preisbewegungen, die wir in einigen Tagen hatten, die waren irrational. Wir kennen alle den schönen Spruch von Keynes. Die Märkte können länger irrational sein, als man selbst liquide ist. Da merkst du schon, warum ich dann, wenn dann auch ganz langlaufende Optionsscheine kaufe, weil ich weiß, dass ich Zeit brauche, dass ich Geduld brauche und die will ich mir dann wieder kaufen. In der Zwischenzeit gilt es, die Finger stillzuhalten, seine Hausaufgaben zu machen und sich vor allem nicht davon abbringen zu lassen, das große Bild im Blick zu behalten. Dazu rät Chris Berry. Er ist Gründer von Mountain House Partners, einem Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die wachsenden Verflechtungen zwischen entwickelten und aufstrebenden Ländern der Erde zu untersuchen und speziell herauszufinden, welche Rohstoffkonzerne von diesen neu wachsenden Strukturen profitieren könnten. Ich denke, das ist korrekt. Und danke für die Möglichkeit zu sprechen heute. Ich denke, dass du zwei oder drei Jahre von deflationary forces oder deflationary headwinds verletzt werden, die den gesamten komplexen verletzten. Sie natürlich verletzten precious metals, ich denke, ein bisschen anders als die industriellen metals, wie Lithium, für zum Beispiel. Aber du hast eine sehr, 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 sehr viel Geld. Du hast ein Geld multiplierer in den USA in den USA, das nicht multiplierst, ist eigentlich contracting. So für jeden Dollar, das wird in den Einkommen verletzten, es nur eine weitere 70 Centen. So, you know, was I see happening are a number of forces that are disinflationary, or arguably deflationary, as opposed to inflationary. So, das said, was the Federal Reserve, for example, in den USA ist, mit Quantitative Easing und der bond-buying-schemes und der ECB hier in Europe, mit Rate-Cutting, ultimately their actions will lead to inflation. It's just not happening now. And it's not happening, because you've got huge slack in the labor markets and a real lack of consumer demand. So ultimately all of this money printing and all this money flooding into this system will be a classic setup for higher inflation. And that will ultimately benefit, you know, gold and silver bullion and arguably the companies as well, they're listed, but just not right now. Der Spezialist im Bereich der Rohstoffunternehmen berichtet über eine Durststrecke, die die gesamte Branche seit Jahren durchlaufen müsse. Es gelte heute, die Unternehmen zu finden, die morgen zu den Gewinnern zählen werden, wenn es wieder aufwärts gehen wird. I would argue, you know, hindsight is always 20-20, right? I would argue the time to sell was 18 to 24 months ago, when gold was at $1,900 and silver was at $35 or $40 an ounce. You know, now is the time to be looking very closely at a number of companies across the entire commodity spectrum from the producers to the advanced development stories to even the juniors that are in exploration. Obviously right now there's a real lack of money for funding for the exploration plays, but what I'm looking at right now are strong and experienced management teams that can manage strong balance sheets and get us through the sort of malaise in the space that I think we're going to see for the next little while. Now right now is honestly the time for voracious due diligence more than anything else. Dabei ist es dem Amerikaner in erster Linie egal, was die Preise kurzfristig tun werden. Er schließt sogar eine weitere Korrektur des Goldpreises nicht aus. Well, I think, you know, I'm hesitant to predict the price of any metal or mineral because at the end of the day, who knows. I see them going higher in the future based on what I've mentioned before, these ultimately inflationary self-defeating policies undertaken by the Federal Reserve. But to answer your question specifically, you could potentially see a dip in gold or silver for different reasons. I mean, if the US economy continues to strengthen, we start to see maybe some better economic data here in the Eurozone and you get stronger currencies. They could push gold down a little bit ultimately. But you have to remember that there is ultimately a marginal cost of production for any of these companies. So there will be a floor on gold for sure. Not necessarily sure where that is, but I think, you know, we're at or near the bottom right now. Vielleicht wird es wie in den 70er Jahren. Damals fand die letzte große Goldhosse statt und ihr grundsätzlicher zeitlicher wie preislicher Verlauf könnte sich dieses Mal wiederholen, wenn auch mit geringen Modifikationen. Also ich bin sicherlich kein Goldbeer, langfristig schon gar nicht. Aber man muss auch immer, wenn man die Zukunft betrachtet, in verschiedenen möglichen Szenarien denken. Ein Szenario ist beispielsweise das Sentiment ist im Goldbereich schon so negativ, dass es jetzt nach oben gehen sollte. Ein in meinen Augen nicht so wahrscheinliches, aber immer noch mögliches Szenario ist ein Vergleich mit der Korrektur in den 70er Jahren. Damals fiel Gold von 200 auf etwa 100 in recht kurzer Zeit, aber auch der Anstieg davor war in deutlich kürzerer Zeit als jetzt. Jetzt dauert der Bullenmarkt in Gold von 2001 bis 2011, 12, also über zehn Jahre. Die Korrektur, in der wir jetzt mittelfristig ganz eindeutig sind, kann also durchaus auch noch mehr als ein Jahr dauern mit einem Zoll auf zum Beispiel auf 1000. Wie gesagt, das Szenario halte ich nicht für sehr wahrscheinlich, aber da ich nach einem negativen Szenario gefragt wurde, möchte ich das gerne hier auch mal präsentieren. Wie kommen wir also aus der Krise raus? Es muss wieder Vernunft einkehren, wobei das endlose Schuldenmachen als erstes beendet werden müsse. Das fordert Dirk Müller, der auf der Edelmetallmesse ein Konzept dafür vorstellte, wie das zu bewerkstelligen sein könnte. Wir kommen um die Sachwerte so oder so nicht herum. Ich habe ein Konzept vorgestellt, wie wir aus dieser Schuldenproblematik realistisch und vor allem produktiv rauskommen, ohne all diese Vernichtung, über die wir momentan sprechen, Vernichtung von Geldvermögen, sondern durch eine produktive und sinnvolle kreative Nutzung dieser Geldvermögen, durch Investitionen in Infrastruktur und zwar nicht auf Schuldenbasis, sondern auf Eigenkapitalbasis der Anleger. Und ich glaube, dass wir mit sowas die Möglichkeit hätten, wirklich eine Katastrophe abzuwenden und dafür viele Probleme ins Positive zu drehen. Wir haben die Chance, geht nicht, gibt es nicht. Wir müssen uns nur erlauben, kreativ zu denken. Nur bevor sowas umgesetzt wird, müssen wir uns eben auch mit den anderen Möglichkeiten, Varianten der weiteren Entwicklung beschäftigen. Und die heißen am Ende für die Anleger nichts anderes als Sachwertes, Sachwertes, Sachwertes. Es wird auch eine Frage der Energiepreise sein, ob die Industrieländer jemals in der Lage sein werden, ihre Schuldenprobleme einigermaßen zu kontrollieren. Die internationale Energieagentur IEA veröffentlichte wenige Tage nach der Edelmetallmesse eine Studie, in der sie eine schwindende Macht des Ölkartells OPEC sieht und erwartet, dass die USA das neue Saudi-Arabien werden. Eine Entwicklung, die den US-Dollar stärken und das Gold strukturell über die nächsten Jahre schwächen würde. Aber dem amerikanischen Fracking- und Schieferboom solle man nicht so viel Glauben schenken, wie Professor Bokker rät. In den Medien und in der Propaganda, ja, also das nächste Mal ist es so, warum, wenn das so toll ist und ein neues Saudi-Arabien da entsteht oder noch etwas, was viel besser ist wie Saudi-Arabien, warum haben sie das denn nicht schon vor zehn Jahren gemacht? Oder vielleicht vor 15 oder 20? Ja, die Technologie wäre vielleicht noch nicht so weit gewesen. Ganz klar, die Technologie ist niemals so weit. Auch wenn ich Bratkartoffeln mache, ist die Technologie auch niemals so weit genug. Die brennen mir nämlich immer an, so zum Beispiel. Also diese ganze Fracking-Zeug kommt merkwürdigerweise in einem Augenblick, wo der Dollar wirklich in Gefahr ist, in den Keller zu gehen. Urplötzlich kommt Fracking und siehe da, der Dollar steigt. Und ursprünglich gibt es eigentlich niemanden mehr, der im Ausland, außer ganz wenigen Zentralbanken, die amerikanische Staatsanleihen kaufen. Die Fett muss diese ungeheure Lücke ausgleichen durch Käufe in Billionenhöhe. Und gerade da, wo es also so aussieht, als ob das Ganze wirklich wackelt und knistert und kracht, da kommt diese ungeheuerliche Fracking-Geschichte auf. Das alleine kommt mir schon etwas hochverdächtig vor. Zum Beispiel, jetzt gibt es da, zweifellos ist es wahr, dass die Öl- und Gasvorkommen oder mit diesen Öl-Schiefer-Reserven gewaltig gewachsen sind. Das ist eine Sache. Es gibt zum Beispiel, die Uranreserven der Welt sind 10.000 Mal höher, als wie man allgemein hört. In jedem Hausgarten hier gibt es Uran. Gar kein Problem. Bloß, das zu gewinnen, das wäre ein bisschen teuer. Und bei dem Fracking ist es ganz ähnlich. Am Anfang ist es so, dass die Quelle relativ schnell läuft und alle staunen und so weiter. Und nach ungefähr zwischen ein und zwei Jahren sind nach den Informationen, die ich habe von Fachleuten, nicht von irgendwelchen Medienschreibern, ist es bereits so, dass schon 80 bis 90 Prozent dieser Quelle versiegt ist. Es kommt noch ein bisschen raus, aber nicht mehr viel. Das würde also zunächst mal bedeuten, es müssen immer in progressiver Weise exponentiell neue Quellen erschlossen werden, um diese versiegenen alten Quellen zu ersetzen. Denn Amerika braucht nach wie vor am Tag, waren das 18.000, 18 Millionen, 18 Millionen Fass pro Tag, das Fass zu 159 Litern. Das ist richtig. Das zum Beispiel. Das ist eine sehr beachtliche Menge. Ich könnte das zum Beispiel nicht in meinem Vorgarten unterbringen, so zum Beispiel. Also urplötzlich aus dem Nichts heraus wird Amerika plötzlich zur führenden Ölmacht. Das waren sie mal nach dem Krieg zum Beispiel. Da war Amerika das größte Ölausfuhrland der Welt. Das ist also richtig. Dann war eine Zeit lang, ein und ausfuhr und haben sich die Balance gehalten, beziehungsweise sie brauchten zunächst nichts einzuführen. Und ab da ging es bis heute steil bergab. Ich erinnere mich an dieses furchtbare Geschrei unter Nixon. Da hatten wir eine ganz ähnliche Situation. Da hieß es nicht Fracking, da hieß es Project Independence. Und ich weiß noch, alle Zeitungen waren drei Jahre lang voll. Jeden Tag solche Überschriften mit Project Independence. Und Nixon hat da geredet, bis ihm die Ohren lila wurden. Und wir werden unabhängig werden. Und Amerika wird wieder und so weiter. Und das ist die größte Macht und die größte Ölmacht. Damals war Amerika ungefähr 22 Prozent vom Ausland abhängig. Und jetzt nach diesem Project Independence sind sie ungefähr zu 72 Prozent vom Auslandsöl abhängig. Das war das ungeheure Projekt Independence. Und mit dem Projekt Fracking, schätze ich mal, wird es so ganz ähnlich werden. Also was ich höre von wirklichen Fachleuten ist zum Beispiel, dass bis jetzt kein einziges dieser Projekte, die bis jetzt angegangen worden sind, schwarze Zahlen schreibt. Bis jetzt sind alle noch im Verlustbereich. Und das sieht auch gar nicht so aus, als ob die so schnell in die wirklich echten Gewinnsbereich vorstoßen würden. Aufgrund einer ganzen Menge von technischen Dingen. Ich habe bis jetzt überhaupt noch nicht über die ungeheuerlichen Umweltbelastungen, Vergiftungen gesprochen. Es werden da Millionen Tonnen von Chemikalien in die Erde gepumpt. Und nur weil Amerika relativ groß ist und dieses Fracking zum Teil in Gegenden stattfinden, die sehr dünn besiedelt sind, merkt man das noch nicht so sehr. Aus diesem Grund, alleine aus diesem Grund ist es so, dass viele Länder, ich glaube Deutschland gehört auch dazu und Schweden und andere, Ungarn, da ist Fracking grundsätzlich verboten. Das wird überhaupt nicht erlaubt. Frankreich inzwischen auch genauso. Also diese Belastungsgefahr und die damit echt verbundenen Probleme sind so groß, da wird überhaupt nicht drüber gesprochen. Ja, es ist ein paar Chemikalien, die kommen mal vor, aber die verschwinden wieder und die Erde absorbiert das schon und so weiter. Das ist hochverdächtig, wenn Fachleute mit solchen wagen Argumenten kommen, hochbezahlte Fachleute natürlich, die dafür reden. Das Zweite und das Dritte ist, dass wenn diese Quellen, so wie es jetzt aussieht, nach spätestens zwei Jahren, also so runtergehen in der Ausbeute, dass vielleicht noch 10, 15 Prozent läuft und das auch langsam auf Null geht. Man müsste ja, um das Zeug dort irgendwie abzutransportieren, braucht man Pipelines. Das geht nicht anders. Wie wollen Sie das jetzt dann transportieren? Und wenn eine Pipeline zu bauen ist, ist eine unheimlich teure Angelegenheit. Und wenn die jetzt an Quellen gebaut werden, die nach spätestens drei Jahren auf Null gehen, dann hast du deine funkelnage neue Pipeline. Wofür? Für die Katze oder was? Die rostet dann leise vor sich hin und eventuell könnte man dann die großen Entrosterkolonnen dann holen nach 20 Jahren. Vielleicht braucht man die Pipelines dann wieder für irgendwas. Vielleicht zur Leitung von Ziegenmilch nach Washington oder ähnliches. Ich weiß es nicht. Jedenfalls dann noch was. Es ist hochverdächtig, dass vor allem die großen Wall-Street-Firmen diese Propagandatrommel so rühren und finanzieren. Warum? Die haben dort, also wie gesagt, für dreistellige Milliardenbeträge mindestens investiert. Und bis jetzt ist da noch nichts dabei rausgekommen. Und es ist sehr fraglich, ob unter dem Strich nach Abzug der Kosten und des Aufwandes überhaupt etwas dabei rauskommt. Was konkret rausgekommen ist, das ist richtig. Die Öl- und Gasfördermenge im Moment ist also erhöht worden. Ich habe die genauen Zahlen jetzt vergessen, aber auch selbst das ist im Vergleich zu diesen 18 Millionen am Tag noch sehr gering. Ich weiß nicht, vielleicht ist es eine Million oder anderthalbe oder irgend sowas in dieser, was zusätzlich im Moment gemacht worden ist. Gut, dann haben Sie vielleicht im Augenblick eine Erleichterung von 10, vielleicht sogar 15 Prozent. Das kann schon sein. Ändern wird es dann überhaupt nichts. Jedenfalls, diese Wall-Street-Propaganda hat genau, wie man sich erinnern wird, bei den großen Immobiliengeschichten. Immobilien wurden weltweit in Papiere verpackt und dann weltweit, wie sagt man da, vermarktet, geschickt verpackt. Und natürlich auch nach Europa und alle möglichen Länder. Und was war dann? Es erwies sich alles als Schrot. Die haben dort kassiert in dreistelligen Milliardenbeträgen und dann waren die Papiere plötzlich nichts mehr wert. Sie selbst hatten den größten Teil davon bereits den dummen Ausländern angedreht. Und jetzt dasselbe Spiel könnte sich wiederholen mit diesem ganzen Fracking-Zeug. Das ist ja auch auf irgendeiner Papierbasis, mit anderen Worten, die verkaufen da vielleicht Aktien oder Anteile oder ich weiß, Zertifikate oder in irgendeiner Form verkauft das Zeug Wall Street. Und wenn das Ganze sich wieder mal als irgendwann nach ein paar Jahren als echte Luft- und Verlustnummer erweist, dann lachen die da drüben Hihihi. Und die dummen Ausländer, die sagen, die fangen an zu heulen, die sagen gar nicht Hihihi. Die sagen Schluchz, Schluchz zum Beispiel mal. Und das Ganze erinnert so sehr an diese Geschichte mit diesem geschickt verpackten Immobilienpapieren, die heute noch Schrot sind zum Beispiel. Also das Ganze ist hochverdächtig. Und das ganze Timing und die Aufmacher, das ist alles ganz künstlich. Das kommt mir gar nicht irgendwie natürlich vor. Man findet eine große Ölquelle und beutet die aus. Nein, nein, das nicht. Und es ist überhaupt nicht erwiesen, ob dieses Fracking auf Dauer jemals wirklich schwarze Zahlen schreiben kann auf Dauer. Es ist wie gesagt richtig. Im Moment gibt es, haben sie mehr, brauchen sie etwas weniger einzuführen. Das ist das Kernwort, die Nachhaltigkeit und der Vergiftungsfaktor. Und dann natürlich die Verdummung der bewussten Verdummung ausländischer Investoren, die jetzt hören, Amerika wird zum größten Saudi-Arabien. Alleine so eine These aufzustellen, wo innerhalb von Wochen war plötzlich Amerika das zweite Saudi-Arabien. Aus dem Nichts heraus rieselte das. Das zeigt mir, dass die Wall-Street-Firmen wirklich in großen Geldschwierigkeiten stecken. Wenn etwas so furchtbar schnell gehen muss über Nacht. Vielleicht kommen sie noch auf andere Ideen. Amerika können sie denn sonst noch werden. Jetzt sind sie das kränkeste Volk der Welt mit dem höchsten Anteil an Gesund- oder Krankheitskosten. Ich glaube, sie geben 15 oder 16 Prozent des Bruttosozialproduktes für Krankheit aus. Die Deutschen etwa 8 Prozent Größenordnung und die Japaner 3 Prozent. Aber vielleicht kommt demnächst eine riesige Welle. Wir gehen jetzt von 16 Prozent auf 14,5 Prozent. Das wäre die Sache schon wert. Zum Beispiel mal. Also das sind alles Dinge, von denen ist 90 Prozent propagandistisch und haben irgendwelche geheimnisvollen Hintergründe. Wenn man ein bisschen genauer guckt, kann man sie erahnen. Ganz genau wissen kann es niemand. Es bleibt also alles wie gehabt. Es gibt keine Sicherheit für Anleger. Es gibt keine Sicherheit für Sparer. Und das sagt der Fondsmanager Philipp Vorn dran. Und er insistiert darauf, dass die einzige Option für einen vernünftigen Anleger die Diversifikation ist, also nicht alles auf eine Karte zu setzen, sondern sein Geld breit zu streuen. Also haben Sie das Gefühl, der Sparer ist in Sicherheit? Nein, das glaube ich nicht. Es gibt keine sichere Anlage. Meiner Meinung nach gibt es auch keine Glaskugel, in der wir, Sie oder ich sehen können, wo wir in fünf Jahren stehen. Aber es gibt ganz einfache Prinzipien, die wir versuchen sollten einzuhalten. Und die Diversifikation und die möglichst schnelle Liquidation meiner Vermögenswerte. Das sind die Kernthemen, die wir brauchen. Und wenn ich als Investor für meine Altersvorsorge sicher wirklich sicher und vernünftig investieren möchte, dann brauche ich 30 Prozent Aktien, 30 Prozent Immobilien, vielleicht 10 Prozent physische Edelmetalle. Und den Rest, den habe ich auf dem Sparbuch. 2 3 6 4 5 4 5 und